Frau mit Wasserpistole Nase gebrochen, wieder Tumult mit 250 Badegästen in Berliner Freibad. Erneut überhitzte Gemüter in einem Berliner Freibad, Polizisten und Wachleute wurden am Sonntagnachmittag in dem Neukelner Kolumbiabad von bis zu 250 Badegästen bedrängt, wie die Beamten heute mitteilten. Wie vor einer Woche in Steglitz entstand den Angaben zufolge ein Streit nach Spritzen mit einer Wasserpistole. Eine Frau spuckte demnach einen Mann an, der brach ihr mit einer Wasserpistole die Nase. Immer mehr Menschen mischten sich ein, die Situation eskalierte laut Polizei. Die meisten Menschen hätten die Anweisungen der Wachleute missachtet, schließlich wurde das Bad geschlossen. Die Polizei rief Verstärkung, erst nach und nach beruhigte sich die Lage. Die Polizei rief Verstärkung, erst nach und nach beruhigte sich die Lage.